Der Druck auf die Unternehmen aller Branchen wächst. Kosten müssen reduziert, die Produktivität gesteigert werden. Nur wer effizient arbeitet und Prozesse optimiert, kann im Wettbewerb bestehen. Neben Leistung und Einsatz der Mitarbeiter spielt die Verbesserung interner betriebswirtschaftlicher Prozesse eine wichtige Rolle. Ein professionelles Controlling ist das A und O erfolgreicher Unternehmensführung, zum Beispiel im Bereich der Arbeitszeiterfassung und Auswertung. Wirtig ist unsere Lösung für mobile Zeiterfassung via Handy und Internet. Wir helfen Ihnen bei der Professionalisierung Ihrer Buchhaltung, Begleitkalkulation und dem Projektcontrolling. Mit der mobilen Arbeitszeiterfassung der Firma Wirtig können Sie Ihre Zeiterfassung revolutionieren. Wir bieten Ihnen für jeden Außendienstmitarbeiter, jeden Monteur vor Ort die Erfassung und Auswertung aller relevanten Daten online an. Das Ausfüllen von Papierstundenzetteln entfällt. Die Eingabe der Daten in Ihrem Büro ebenfalls. Kapazitäten werden freigesetzt für andere Aufgaben. Für den Einsatz unserer Software reichen schon Handys aus dem Niedrigpreissegment aus. Wichtigste Voraussetzung ist, dass Sie die Datenübertragung via GPRS unterstützen. Die übermittelten Daten werden auf einem unserer Server verwaltet und sind jederzeit in übersichtlicher Form abrufbar. Möglich wird unser Service durch die intelligente Verknüpfung der Zeit- und Ortsdaten, die das Handy überträgt. Alle eingehenden Daten werden von uns gesammelt, kundenspezifisch ausgewertet und nach Ihren Wünschen für die weitere Verwendung aufbereitet. Jeder Mitarbeiter im Außendienst, jeder Monteur erhält ein Mobiltelefon, das unsere Software enthält. Wirtig ist schnörkellos in der Anwendung und beschränkt sich auf die Handy-Funktionen, die notwendig sind. Jeder Nutzer kann Wirtig praktisch ohne Einarbeitungszeit sofort nutzen. Hat der Mitarbeiter das Programm Wirtig auf seinem Handy gestartet? Wählt er aus dem Menü den entsprechenden Punkt, zum Beispiel Arbeitsbeginn Baustelle, aus. Anschließend wählt er die Baustelle oder das Projekt aus, dem die Zeit zugebucht werden soll. Alles ohne Eintippen. Vom Wirtig-Server werden die passenden Menüpunkte auf das Handy gesendet. Die Auswahl des Mitarbeiters geht automatisch zurück in unser System. Im Büro haben die Verantwortlichen jederzeit Zugriff auf die vom Mitarbeiter vor Ort gemachten Angaben. In Echtzeit. Per Mausklick verfolgen Sie, wann die Arbeit vor Ort begonnen wurde, wo sich ein Mitarbeiter gerade befindet und wie viele Stunden aktuell auf dem jeweiligen Projekt der jeweiligen Baustelle schon verbraucht wurden. Gerne helfen wir Ihnen, die gewonnenen Informationen über von uns erstellte Schnittstellen in vorhandene Controlling-Systeme einfließen zu lassen, zum Beispiel zur Lohnabrechnungsvorbereitung. Wirtig ist Ihr betriebswirtschaftliches Controlling-Instrument. Senken Sie Ihre Kosten, setzen Sie Kapazitäten Ihrer Mitarbeiter frei und steigern Sie so Ihren Unternehmenserfolg. Untertitelung des ZDF für funk, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020